Hallo Leute, hier ist wieder PhysioNarsBerlin. Heute sind meine DNA-Werte wieder da. Ich bin so excited. Ich werde mir das jetzt mal gleich angucken als allererstes. So, jetzt hat sich die Seite fast aufgebaut. Ich habe das auf meinem Handy gelesen und habe mir gleich gesagt, das muss ich mir ansehen. Ich habe noch nicht mal gefrühstückt, bin gleich aufgestanden. Muss aber die Brille aufsehen. Aha, ich habe es jetzt. Okay, da ist ja jetzt wieder etwas ganz anderes. Also, da ist erstmal Südkaukasus drin. Lewand, 21,9%. Südkaukasus 34%. Dann Europa, Südeuropa 36,7%. Damit ist Ägien 19,8%. A, E, G, A, N. Muss ich mal gucken, was damit genau gemeint wird. Und dann Toskani, also die Toskana. Das hatte ich schon vorher gehabt. Bergamo, die Richtung. Ähm, ja, aber da wird jetzt auch ganz Griechenland angezeigt. Ähm, das ist wahrscheinlich das Ägien. Da habe ich 16,9% und Europa, Ist-Europa, 7,4%. Das ist der Westbalkan. Ähm, ja. Und das deckt sich wieder so mit den Daten, die ich vorher hatte. Ähm. Ähm, aber dieser Westbalkan ist halt dazugekommen. Aber ganz Griechenland ist dabei. Und ich glaube, das Sauskarkasus, das ist von meiner mütterlicher Seite. Ähm, das Levant, also dieses ähm, Arabische ist von meiner Großmutter. Und das Griechische ist von väterlicher Seite, würde ich mal sagen. Da ist auch Westbalkan und so weiter dabei. Ich zeige euch das. So sieht das diesmal aus. Das Ganze. Und hier sind die Daten. Ja. Also das mit dem Levant ist halt, ähm, Großmutter. Dann ist echt viel wieder an, äh, Griechenland. Das ist ja fast komplett Griechenland. Ich hab da fast gar nichts an, an, an Türkisch. Das einzige Türkische, was darauf hindeutet, ist der Südkaukasus. Und gar nichts mehr von Zentralasien oder so. Voll interessant. Und dann Bergamo. Und das deckt sich wieder mit dem Griechischen. Sie da abgewandert sind. Aber hier ist wieder nichts von England oder so. Und Nordeuropa. Wahrscheinlich sind die später da hingezogen. Ich glaube, das ist auch, Living DNA ist auch so ein bisschen mehr das Ganze. So, und jetzt schaue ich mir die Wellbeings-Geschichte an. Ähm, was da alles drin ist. Mein, mein, mein Blutwerte und so weiter. Ach, echt, ich bin so excited. Back to all reports. Wieso nicht? Mal hier. Mal hier. Okay, das wurde nicht geloadet, steht hier. Ja, hm. Warum nicht? Ja, in, hm. Could not be loaded. Ach so, wahrscheinlich ist das echt... Ey, wieso habe ich dafür bezahlt, wenn die das nicht gemacht haben? Hm. Hm. Your DNA are not diagnostic, do not determine whether you will develop a disease or... The test is full in public only. Always consult a physician before making the FDA. Not only. Hä? Warum? Hm. Hm. Die haben das nicht gemacht? Hm. So. Hm. So. Hm. 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 Ich sehe einmal die Recent, die jetzige Ancestry und dann nochmal die Maternal, also mütterlicher Zeit. Hm. You are viewing your migration map, which shows the journey your ancestors may have taken for you to get where you are today. Ah, okay. Okay. Da sind hier auch die Verläufe drin, die sie vorgenommen haben. Uh. What's that? Haha. Sehr interessant. Hm. Ein bisschen kleiner. Wo die überall hingewandert sind. Die sind sogar nach Südamerika gewandert. Ha. Das wird interessant. Das zeige ich euch hier. So, und die waren vorher. Das war die Route in Ost... Ist das Ostafrika? Ja, ich glaube schon. Hier. Das sind die Routen. Und dann sind die hier abgezweigt. Sind dann nach hier, Levante. Das ist großmütterlicherseits. Und sind dann hier sogar noch weiter gedriftet. So. Und dann mütterlicherseits. Kommen die sogar aus Südamerika hier. Hm. Und sind dann über die Weringstraße. Hier. Hier. Aber wo ist der Kaukasus? Keine Ahnung. Das muss ich mir alles nochmal genauer ansehen. So interessant. Das ist die mütterliche Seite. Die mütterliche Seite. Maternal. Ich glaube schon, dass es damit gemeint ist. Und voll interessant. Obwohl ich mir denke, dass die Seite von der väterlichen Seite... Ach, ich muss mir das alles nochmal alles genau ansehen. Ja. Durch die Living-DNA habe ich wieder ziemlich viele neue Erkenntnisse gefunden. Dass meine Vorfahren echt ziemlich gewandert sind. Einfach um zu überleben wahrscheinlich. Um ihren Kindern und so weiter eine gute Zukunft zu ermöglichen. Und das Lustige ist, dass Südamerika angezeigt wird. Dass die davon da gewandert sind. Und mich hatte schon mal einer gemeint, ob ich irgendwie indianische Vorfahren habe wegen meinen Wangenknochen. Dass die so hoch sind. Jetzt passt das. Ich weiß jetzt nicht, ob man das damit auslegen kann. Aber es hört sich so an. Jetzt werde ich mir das alles in Ruhe nochmal ansehen. Und ich schaue nochmal, warum ich meine Wellbeing-Daten nicht bekomme. Aber ich hatte ja auch gehört, irgendwie für Deutschland bekommt man die nicht oder so. Ja, keine Ahnung. So, hier ist noch ein Teil, wo von dieser DNA gezeigt wird, wo die Menschen, ganzen Menschen leben. Wo die Wanderung stattgefunden haben. Und das ist ja eigentlich so alles China, Zentralasien, Japan und weiß ich was. Also, dann das mit dem Zentralasien stimmt schon. Darum vielleicht auch meine Affinität für chinesisches Essen, für das ganze Essen da und Stäbchen essen. Aber jetzt passt das auch mit der Maternal-DNA, weil meine Mutter kommt ja, denke ich mir schon, aus Zentralasien. Das deckt sich. Also, die Vorfahren, nicht meine Mutter selber. Weil sie ja Türkin ist und mein Vater eher so die griechische Seite hat. So, jetzt habe ich im Nachhinein, habe ich meine Wohlbefind-Daten bekommen. Das ist gleich das Negative am Anfang. Und zwar, denkt sich das mit den Annahmen, die ich immer hatte. Das ist total crazy. Also, D2 ist verringert. Das ist jetzt nicht so dramatisch, das supplementiere ich sowieso. Vitamin A auch. Und das habe ich auch immer festgestellt, dass wenn ich nicht genug Moorrhüme und sowas esse, täglich, dass ich da Augenschmerzen bekomme. Hat sich auch gedeckt. Meine Laktoseintoleranz, hier, ist auch verringert. Das heißt, ich habe nicht so gute Laktose-Toleranz. Aber das hatte ich hier vom Arzt schon testen lassen. Und ja, da hatte mir das bestätigt. Und Celiakie-Risiko, eine Variante gefunden. Und ich sagte doch immer, dass ich irgendwie Gluten nicht vertrage. Jetzt habe ich es hier schriftlich. Es scheint doch irgendwas Genetisches zu sein. Also werde ich da in Future nichts mehr glutenhaltiges essen. Jetzt habe ich noch ein paar Sachen gekauft. Aber die werde ich dann ab jetzt an nicht mehr holen. Kohlenhydrate und Zucker ist auch verringert. Ja, so viel Zucker esse ich nicht. Ich meine, bei Kohlenhydraten ist es schon. Aber da muss ich halt auch ein bisschen überlegen, dass ich vielleicht mehr Proteine zu mir nehme. Jetzt aber zu den positiven Sachen. Meine Ausdauer und Sauerstofffluss sind erhöht. Das heißt, ich bin da sehr gut dran. Auch in meiner maximalen Festigkeit. Das sind so Muskeln und so weiter. Auch sehr gut. Meine Wiederherstellungsgeschwindigkeit, also meine Regeneration ist auch erhöht. Also ist im obersten Level. Das heißt, ja, darum bin ich wahrscheinlich so schnell wieder auf die Beine gekommen nach dem Bruch. Voll gut. Dann die Tendenz. Tendenhaltbarkeit. Das sind Sehnen. Da bin ich auch sehr gut. Darum bin ich wahrscheinlich gut flexibel. Danach kommt die Kraftausdauertrainierbarkeit. Da bin ich irgendwie verringert, was mich wundert, weil die anderen Werte positiv sind. Aber ich merke auch, wenn ich zu lange laufe, muss ich mal einen Stopp einsetzen. Aber es ist besser geworden auf jeden Fall. Früher war das noch schlechter. Das Training steht auch drin. Training verbessert das auf jeden Fall. Nur brauche ich halt ein bisschen länger als andere. So, und dann Ausdauereaktion auf Blutgefäße ist auch erhöht. Also ist auch gut. Ja, darum bin ich in der Fitness anscheinend sehr gut. Auch schon von den Dispositionen her. Das freut mich natürlich. Ja, das sind meine Wohlbefinden. Darum freue ich mich besonders, dass die mir das noch reingestellt haben. Ich habe bei LivingDNA angerufen und habe mitgeteilt, dass das halt mir noch fehlt. Und dann haben die das im Nachgang noch schnell gemacht. Und da bin ich echt voll glücklich darüber, dass die das gemacht haben. Und ich finde bis jetzt von allen Tools, finde ich LivingDNA am Besten. Hat natürlich ein bisschen mehr gekostet. Ich weiß nicht, ob Ancestry hat aber auch mehr gekostet. Aber hier finde ich, habe ich die besten Ergebnisse bis jetzt bekommen. Und die nachvollziehbarsten. Das mit der Motorhaplo wusste ich nämlich nicht. Und auch, dass es genetisch mit dieser Ausdauer und so festgelegt ist, wusste ich auch nicht. Und alles andere passt auch sehr gut. Nur wundert es mich, dass die Türkei, dass da überhaupt keine Gene gleich sind. Okay, das war es wieder von mir gewesen. Ich hoffe es war für euch auch genauso interessant. Das LivingDNA macht mich richtig gut. Da wird noch ein bisschen mehr gezeigt, wo die Routen hin gewandert sind. Und wo man jetzt gerade steht. Voll interessant. Okay, tschüss, bis zum nächsten Mal. Okay, tschüss, bis zum nächsten Mal.